Musik Also die letzten Tage haben richtig viel Spaß gemacht, auch mit den beiden Jungs. Die waren super nett, super zurückhaltend. Das hat nie irgendwie gestört, wenn Fotos gemacht wurden. Im Gegenteil, es hat sogar sehr viel Spaß gemacht. Ich habe den Videofilmer, den vor zwei Jahren schon gesehen, fand ich auch eine coole Sache. Der Trailer ist richtig gut geworden. Es war mal eine neue Idee, ganz neu umgesetzt, habe ich vorher so noch nie gesehen, muss ich sagen. Und deswegen war das natürlich richtig cool für alle Beteiligten, das so zu sehen, das Endergebnis. Dann auch direkt am gleichen Tag das noch sehen zu können, war schön, dass es so schnell ging, das war super.